WDR mediagroup GmbH 1 4 3 4 3 5 5 6 6 7 6 7 9 10 8 Ja! 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 Hallo! Hallo, Henke, seine Ballerine! Abbremsen! Gut! Und ihr seht hier schon zu meiner Linken das größte Drachenboot-Puzzle heute für die Erstplatzierten gleich in der Klassenstufe 3-4. Ich bitte ebenso nicht nur das Team nach vorne, sondern auch einen Betreuer, denn für alle Erstplatzierten gibt es eine kleine, aber feine Siegerprämie mit Unterstützung von der Landeshauptstadt Schwerin. Ganz herzlichen Dank und in diesem Zusammenhang, ihr ahnt es schon, zwei Sekunden Vorsprung in einer Zeit von 4 Minuten 17,68 der Neumühler Tornado. Und ich muss ganz persönlich sagen, auf Platz Nummer 4, ein Teamname, also wenn es um die Teamnamen geht, ist das glaube ich heute im Laufe des Tages einer, den ich sehr, sehr gerne mag. In einer Zeit von 21,24 auf Platz Nummer 4, Hau Rhein-Mittal!